Herzlich Willkommen zurück zu Dead Island. Mein Name ist Ivel Knivel und wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Unsere Mission ist jetzt simpel. Ja gut, simpel nicht, aber sie ist simpel zu verstehen. Also, wir müssen jetzt zu diesem Hotel und dann uns durch das ganze Hotel kämpfen und schlagen und so und dann diesen komischen Transporter holen. Zuerst machen wir dir die Zombie gepflanzt. Und tschüss. Du musst die Zombies immer machen. Ja, dann. Dann geben wir mal Gas. Wow, 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 wow. Walsch, walsch, walsch. Ein bisschen genauer hingucken. Ja. Und hier haben wir den Eingang zum Hotel. Machen wir weg nach dem Jahr. So. 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 Zombies auch noch im Leben. So. Gebiet geräumt. Kein Zombie mehr da. Genau, ein Zombie. Wenn ihr das... Ja, das Knoll oder das... Ja, das Knoll oder das... Was? Tot? Oh Mann. Ist ja gemein. Ah cool, hier wieder ein paar Sachen zum Öffnen und zum Ausräumen. Beide sind getroffen. Wir sehen uns wieder. Irgendwann. Wann, weiß ich nicht. Oh je. Du hast ja noch was. Dass man so viel Geld mit hat. Oh nein. Dankeschön. Er hat nun ganz, ganz leicht einen Schlag gemacht und hat mich dann direkt weggehauen. Ha ha ha. Gute Nacht. So. Er hat noch den Schlüssel. Ah ja, er hatte den Schlüssel. Gut. Ja. Ja. Hätte der mich eben nicht geschlagen, dann hätte ich wahrscheinlich noch geschafft. Aber nur ein kurzer Fingerschnitt von diesen großen Dingern. Da fliegt man ja schon Kilometer weit. Schatzjäger. Ah, schon wieder dieser Leck. Wo haben wir hier? Dass man nicht mal in Ruhe aufnehmen kann. Ich muss immer etwas lächeln. So, jetzt ist es wieder besser. Haben alle Dinger jetzt geöffnet? Nein, da oben noch. Das waren jetzt aber wirklich alle. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich wieder? 2009 und 61. Wow. Und rein da. Jetzt sind wir im Hotel. Yeah. Kapitel 3. Räder aus Stahl. Dann habe ich ja ganz vergessen, dass das jetzt Kapitel 3 ist. Ich hoffe, dass es etwas sinnvoll ist. Hi. Wer bist du? Was machst du hier? Ich kann dich durch die Kamera sehen, Freund. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ah ja, jetzt kommt das ja hier. Mit dem langweiligen Kämpfen. Zombies sind immer dämlicher hier. Mache ich jetzt einmal auf der schnellen Version oder mache ich das langsam? Ich denke, ich mache das etwas langsamer und auch ein bisschen etwas schneller. Die ganzen Sachen, die kann ich erstmal looten. Na. Da unten. Nichts drin. Da. Elektroschrott. Oh, Riesensnack. Pech gehabt. Momentchen mal hier. Ich finde das hier ein bisschen dämlich von Steam. So. Erstmal auf der Zeit. Das richtet mich auf. Jedes Mal abgarten die Spiele tausendmal bis dreitausendmal, ey. Das nervt nach einer Zeit. Schade. Warst du mich jetzt so verarscht? Wolltest du mich erschrecken? Gibt's nicht. Nacht. Nächster Fakt. Oh, diese Regen-Sacks, die bringen viel Energie. So. All right then. I'll meet you in the lobby by the elevators. I'm coming to you now. Hang on. Oh, das nervt ich mal bitte. Böser Zombie. Greif keinen Kerl von hinten an. Ist feige. Viele Snacks bekomme ich hier. Noch ein Snack. Wie der da liefst. Das sieht lustig aus. Wie der da liefst. Der ist tot. Oh yeah. Alkohol. Ohne Ende. Flatsch. Oh, wer will jetzt richtig viel Alkohol bekommen? Zehn Alkoholflaschen. Oder elf. Aber zehn Alkoholflaschen ist doch mal schon ein richtig guter Fang. Let's open this up. Ohne Ende. Ohne Ende. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. Now. Ja, mach ich doch. Mal runter hier. Ja. Hallo. Back? Ne. Dachte. Ah, ich dachte, das ist ein Fakt. Ah, ich dachte, das ist ein Fakt. Oh, verdammt. Oh, ich dachte, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt. So, haben wir das aufgebraucht und haben jetzt unsere Baseballschläger. Oh, ich dachte, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt. Oh, ich dachte, das ist ein Fakt. So, hui, ja. Mensch. Was hat das denn? Alle tot? Ja, alle tot. Snick. Puh, was haben wir hier denn? Snick. Oh yeah. Wow. Pams, Feuerzeug. So wie einer. Oh, beide mit Amt. Mit Amt. Oh cool. Beide zusammen haben wir zerlegt. Und reparieren tun wir jetzt einmal hier. Das natürlich reparieren. Immer doch. Das natürlich auch. So. Yeah. Das nicht richtig geil ist. Jetzt auf einmal könnte ich euch mindestens einen Trick zeigen, wo ich richtig viel Kohle mache. Schön. Alle zerlegt? Alle zerlegt? Ja. Yeah. Das war doch ein Volltreffer. Das hat gesessen. Beide Infizierte auf einmal. Geil. Das war doch ein geiler Angriff. Wer kommt runter? Mensch. Zu doof zum runterkommen hier. Mensch. Hey, Du da. Was ist denn da? Ausweis. Okay. Die Angriffe sind eigentlich recht einfach hier. Ah, schön in die Ecke mit dir. Ja, das war's jetzt erstmal wieder. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Was? Kommst du doch her? Okay. Bis dann, Leute.